. Jedes Jahr zur gleichen Zeit ist der Land stets gern bereit, den Alltag einmal zu entfliehen und lustig durch die Stadt zu ziehen. Und los, bitte. Tobias heißt der Gebieter. Töte zu seinem wahren Engel. Sascha! Doch nicht direkt. Das muss man sagen. Sozusagen erste optische Hilfe. Was soll ich? Haben Sie zu Richard Mühlberg gesagt, du bist schon so gut wie tot? Ja, also nicht. Haben Sie das gesagt? Haben Sie zu Richard Mühlberg gesagt, du bist schon so gut wie tot? Ja, 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 ja. Ton? Ja, musst du dran suchen. Oh nein, geht nicht. Geht nicht? So, Ruhe bitte und los. Herr Bamberger, haben Sie uns irgendetwas Neues zu sagen? Gut, der Haftprüfungstermin ist um 11 Uhr. So, Achtung. Alles auf Position. Du meldest dich mit Lohmann. Ja, Ruhe bitte. Kamera. Und los bitte. Lohmann. Manfred Kajersdörfer. Herr Lohmann, ich grüße Sie. Sie haben uns gestern Nachmittag kurz getroffen. Ja, ich erinnere mich. Sie sind gerade nach Hause. Was kann ich für Sie tun? Ja, also, ich habe gehört, dass meine Frau... Ich wollte, dass dieses Schwein nicht ungeschoren davon kommt. Vielen Dank. Kamera. Ruhe bitte und los. Danke. Lohmann. Wie war die denn bei euch? Ich weiß. Ich habe es heute Nacht schon gesehen. Eisengräber. Herbert. So, alles fertig? Und... Los bitte. Klemm dich dahinter. Sie sollten sich mal den alten Mühlberg vornehmen. Nee. Bamberger. Entschuldigung. Klemm dich dahinter. Sie sollten sich mal den alten Bamberger vornehmen. Warum? Naja, der ist in den Mühlberg her, wie so eine fehlgezündete Rakete. Ich war ja im Flur und habe gehört, wie er mit Richard gestritten hat. Und was war da los? Genau, verstehen konnte ich das nicht. Ich habe nur gehört, dass der Bamberger sagte, du bist schon so gut wie tot. Wo waren Sie gestern während der Pause? Wo waren Sie gestern während der Pause? Wo waren Sie bis 22.15 Uhr? Auf dem Klo. Auf dem Klo? Über eine halbe Stunde? Das war halt ein ziemlicher Harntang. Wie bitte? Ein ziemlicher Harntang. Antrag. Scheiße. Ich bin total durcheinander. Achtung. Kamera läuft. Und los bitte. Von mir ist wechsel Geld. Furchtbar. Das sind die Mühlschte. Totgeschlagen. Ich habe es in der Zeitung gelesen. Ach, ich habe es in der Zeitung gelesen. Ich habe es in der Zeitung gelesen. Aber dafür weiß ich, wer es war. Was? Herr. Mad bhacht. Jetzt bin ichimmerstag vielleicht,早晚 zu青al und Professoren. � comp 전에 legate lassen. Have ich mich selbst? Hojebit Ich binorns Tag. Jetzt bin ich bei dir. excessive Wait 2г. Deine neighborhoods different. eine始mucherTheựise Selουνacht basta. In der Zeitunghip. Ich dropdowns nicht einfach. Ich houde. деine Sicht aus meinem Zeitung.